Das ist die traurigste Minecraft-Animation auf der ganzen Welt. Schaut unbedingt bis zum Ende, um die nicht zu verpassen. Schaut euch mal diesen kleinen Hund an, Leute. Der ist anscheinend ganz alleine, der Polizeihund. Und was macht der jetzt? Der gibt ihnen einfach so ein Stück Fleisch. Ich weiß nicht, ob er das... Guck mal, der lässt ihn einfach alleine, Leute. Der Hund weint einfach. Und jetzt wird er von den anderen wahrscheinlich sogar angegriffen, von den ganzen Streunerhunden. Oh nein. Die Polizei. Oh, ein Banküberfall, Leute. Was passiert hier? Die rauben anscheinend gerade die Bank aus. So, jetzt kommt hier der Polizeihund, Leute. Und macht auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit. Oh, oh, oh. Sehr gut. Kommt schon, Hände hoch. Und die Verbrecher wurden auf jeden Fall schon mal gefangen. Optimal, ja. Sehr gut, Leute. So, richtig guter Polizeihund. Aber anscheinend hat der Polizeihund irgendwas damit zu tun, mit dem anderen Hund eben, Leute. Und der... Oh nein. Oh, oh. Das ist, glaube ich, ein böser KI-Hund, Leute. Guck mal da. Da ist der eine. Der wurde ausgesetzt. Und die sagen, wir mögen dein Herrchen nicht mehr. Wir mögen den nicht. Der hat dich einfach ausgesetzt. Und jetzt gehört der Winters zu der Gang. Und jetzt wollen die sich... Die wollen sich rächen. Guck mal. Die pinkeln hier auf sein Auto, Leute. Machen das Beet kaputt vorne. Klopfen an. Oha. Greifen hier richtig an, Leute. Was? Oh, oh. Er ist umzingelt von den ganzen Hunden, Leute. Ich meine, hat er ein bisschen verdient. Oder was glaubt ihr, Leute? Hat er ein bisschen verdient, weil er den einfach ausgesetzt. Aber der Polizeihund ist zur Stelle, glaube ich, jetzt hier mit dem Polizisten. Oh mein Gott. Er sagt, hey, ich wurde angegriffen. Und der Polizeihund geht jetzt direkt hinterher, um die anderen Hunde zu jagen. Oh, nein. Oh, hier. Guck mal, der beißt dir noch ans Bein ran. Es kämpfen alle gegeneinander. Aua. Der arme. Der arme, Leute. Komm schon, nein. Nicht der Polizeihund. Der kann doch nichts dafür, Leute. Der kann doch nichts dafür. Oh Gott, der arme, Leute. Aber er ist ein sehr, sehr starker Hund, muss man sagen. Ein sehr, sehr starker Hund. Warum ist die denn jetzt am Weinen? Oh nein, die möchte vom Haus springen. Polizeihund, du musst die retten. Das kann nicht sein. Die darf nicht springen. Oh. Ich habe das gesehen, Leute. Die wollte gerade springen. Oha. Oh, was kriegt er jetzt hier? Ein Stück Fleisch vom Zombie, oder was? Ja, schnappt er ein Stück Fleisch, sagt er. Okay, jetzt hier, bitte. Baby Zombie, bitte. Komm schon. Gib ihm ein Stück Fleisch. Was macht er jetzt? Der andere Hund ist richtig sauer. Was? Er greift Baby Zombie an und klaut ihm das Stück Fleisch. Das heißt, die anderen haben einen richtig schlechten Einfluss auf den Hund, Leute. Da war das nur noch so schlechte Sachen. Was echt nicht gut ist, muss ich sagen. So, und jetzt haben wir ja anscheinend gerade einen Penner, einen Obdachlosen, der, glaube ich, einen Hund abkaufen will. Oha. Was machen die da? Befreien sie jetzt noch einen weiteren Hund? Oh, der ist in der Trittwülle. Oh, er hat einen Taser, Leute. Nein, er hat einen Hund getasert. Oh. Oh. Der wurde gerade an einer ganz, ganz sensiblen Stelle getasert, Leute. Er sagt, komm schon, Hund, komm mit. Und er will nicht, Leute. Jetzt haben die einen neuen Hund in der Hunde-Gang. Was ist da jetzt im Auto? Da sind noch zwei weitere Hunde, die verkauft werden sollten. Ey, das ist jetzt eine richtige Hunde-Armee, die wir hier sehen werden, ne? Das wird ja richtig cool sein. Guck mal, jetzt hauen die alle ab, Leute. Und, äh, die Minecraft-Wild wird dann von Hunden anscheinend nachher besiegelt. Nio, jetzt kommen sie alle, Leute. Sie rauben anscheinend gerade die Bank aus. Und die Polizei kommt jetzt. Ist der Polizeihund mit am Start, Leute? Oh, oh, oh. Er ist bewaffnet. Oh, die sind alle bewaffnet, ne? Der Polizeihund ist mit am Start. Na, schön da. Oh, der Roboterhund. Der Roboterhund kann jetzt aber hingehen, weil er ist halt ein Roboter. Und? Er sieht es? Nein. Er denkt sich so, wenn der jetzt, äh, die Dings befreit, Leute. Wenn er die Räuber jetzt befreit, ist das nachher der neue, coole Hund. Jo, was passiert da? Was? Oh, oh, oh. Kann er den holen? Äh, die ergeben sich alle. Und der Polizeihund liegt im Krankenhaus. Und sein Herrchen geht's auch nicht gut, Leute. Das hat den jetzt sogar noch... Guck mal, er liegt einfach im Koma, Leute. Und der Hund hat das quasi verursacht, ne? Er sagt, du darfst nicht mehr, weil du hast Befehle nicht gefolgt. Oh, Leute, der arme Hund. Guck mal, der ist richtig traurig, ne? Der wollte doch nur cool sein. Oh, mein Gott. Er wurde gekündigt. Was? Er wurde gekündigt. Er wollte doch nur... Er wollte doch nur die Verbrecher fangen. Oh, oh, jetzt... Jetzt muss der Roboter ihn holen, oder was? Er... Nein, die Uniform. Er hat keine Uniform mehr. Schnell, schnell, schnell. Der Hund braucht Hilfe, Leute. Oh, er wurde gepasert. Und... Ja. Oh, nein. Schnell. Holt ihn. Holt ihn, holt ihn. Oh, oh, nein. Das ist gar nicht gut, Leute. Was machen die denn jetzt? Der Taser ist fast leer. Die Hunde sind alle noch am Start. Und die sagen jetzt, los, komm mit, Polizeihund. Folg uns. Und will er jetzt normaler Hund sein, Leute? Also... Oh. Er hat ein Baby gerettet. Also, er macht immer noch gute Dinge. Er ist jetzt kein Böser. Komm, tritt ihn. Hä? Was machen die denn? Er hat doch gerade ein Baby gerettet. Oh Gott. Er wird locker auf die böse Seite wechseln, oder? Ich sehe es schon. Komm, Leute. Er sagt, komm, gib mir bitte den Fisch. Und jetzt sieht das so aus, als hätte das der Hund... Alter. Der will doch nur Gutes tun, Leute. Hä? Der wird dafür bestraft, dass er Gutes tun möchte. Okay. Es wurde anscheinend gerade ein iPhone geklaut. Kann der Hund jetzt hinterherlaufen? Und das iPhone zurückholen? Nein. Jetzt kann man sich einfach der Roboter holen. Das heißt, er wird einfach nicht mehr gebraucht. Oh, das ist so traurig, Leute. Der Hund wird nicht mehr... Guck mal. Er kriegt so ein Stück Fleisch von... Oh, er denkt, das ist der Polizeiaufus. Aber das ist irgendein anderer. Vielleicht... Keine Ahnung. Er hat ihm einfach ein Stück Fleisch gegeben. Echt nett von dem. Aber er vermisst natürlich sein Herrchen, Leute. Sein Polizeihärchen. Ist das der? Ne, es ist er nicht. Er sagt, keine Hunde im Krankenhaus. Er geht trotzdem rein. Und das Herrchen liegt immer noch im Koma, Leute. Er sagt, komm bitte, wach auf, wach auf. Oh. Habt ihr gesehen? Er hat sich bewegt, Leute. Das heißt, er ist auf jeden Fall noch am Leben. Ey, nein. Die haben so eine Katze. Schnell. Genau. Mach sie alle weg. Haut bloß ab. Guck mal, er hat die Katze befreit. Und die Katze? Ist die dankbar? Ich glaube, die ist sehr dankbar, Leute, oder? Oh, guck mal jetzt hier. Die gibt ihm jetzt sogar einen Fisch. Wie süß ist das denn? Und jetzt kommt die wieder, ne? Ich glaub's nicht. Komm. Nimm schnell die Katze mit und hau rein. Hau schnell ab, so schnell es geht. So, was hat er jetzt hier? Genau, jetzt hat er die Katze hingelegt, Leute. Und jetzt sind das die beiden. Die beiden sind das beste Freunde wahrscheinlich, ne? Hier ist nochmal die andere Hundegang. Die das hier nochmal in den Pfützen sauber machen. Und ich glaube, er muss wahrscheinlich die Katze geschützen vor den anderen Hunden, Leute. Komm jetzt hier. Anscheinend ein paar Fleisch. Oh mein Gott. Die haben einfach gerade Fleisch geklaut. Oh, oh. Das ist jetzt gar nicht gut, ne? Nein. Der Hund wurde gefasst. Oh, oh. Das ist nicht gut, Leute. Komm schon schnell. Lauf weg. Keine Hunde, Leute. Keine Hunde. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Die wollen jetzt die Hunde. Oh, was? Ich glaub's an dich, Leute. Hey, da ist die Katze. Und? Nein. Sie klauen die Katze. Hä? Guck mal, die wollen jetzt ins Wasser werfen. Wie assi. Das ist ja sowas von. Ja. Schubst sie auch alle ins Wasser. So ist das wichtig, Hund. Oh, oh. Nein, 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 nein. Nicht abschießen. Nicht die Hunde ab. Die Hunde wurden abgeschossen. Was? Was machen die denn? Das ist ein richtiger Anti-Hunde-Gang. Du komm schon. Jetzt sind da welche, glaub ich, Baby-Zombie? Er sagt nicht essen. Das ist vergiftet. Er ist trotzdem essen, ne? Oh nein. Die Zombie-Verminie sieht das. Und jetzt denken die, der Hund ist wieder böse. Leute, der Polizei und möchte doch einfach nur gute Sachen machen. Das versteht halt keiner. Warum sind die alle so böse in der Stadt? Nein. Kitty. Kitty wurde gerade überfahren. Leute, da passiert so viel in diesem Video. Das ist ja unnormal. Ey, was? Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, Leute. Nicht vergessen. Hä? Und jetzt fehlen da zwei Hunde, sagen die. Die wurden ja leider abgeschossen. Oh, jetzt sind die alle mega, mega traurig. Na, der Polizeihund. Was sagt er jetzt? Er sagt, ich habe gesehen, wie welche die beiden verfolgt haben. Ich weiß, wer es war. Und jetzt gehen sie alle gegen die. Der Polizist. Er ist wieder, er ist am Leben und er sucht den Polizeihund. Er sagt so, nein, der ist nicht mehr im Dienst. Oh oh. Jetzt wird es richtig wild, Leute. Guck mal. Hier, den Arm ab, ne? Denn hier, guck mal, jetzt gehen die auf die. Die kriegen total Rache. Dafür, dass wir den anderen Hunden gemacht haben, Leute. Komplette Rache. Jawohl. Und hier auch jetzt. Jawohl. Oh, Leute. Vorsichtig. Aua. Ah. Aua. Au. 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 Feuer. Feuer. Ähm. Oh nein. Die sind schon wieder da, Leute. Schnell. Schnell. Hunde haut ab. Oh oh. Jetzt glaube ich. Die sind alle. Er sagt, das waren die Hunde. Okay. Polizei wurde informiert, Leute. Die Hunde werden jetzt wahrscheinlich. Nein, komm schon. Baby, zombie, versteck dich lieber. Jetzt werden die Hunde nämlich abgehen, glaube ich, ne? Und zwar gehen jetzt wahrscheinlich gegen alle Menschen. Jetzt sind alle Polizisten versammelt. Jetzt heißt es Polizisten. Gegen. Oh nein. Wir haben den Roboterhund, ne? Der weiß nicht, wo die sind. Der Roboterhund ist ja nicht mehr normal. Das wird jetzt nicht gut ausgehen. Das. Oh, es klingelt. Okay, hallo. Hallo. Und? Oh nein. Oh nein, nicht. Ui. Was? Oh mein Gott. Was? Ey, was? Nein. Der Polizeihund wurde geholt, Leute. Das soll es in dem Fall gewesen sein von der traurigsten Minecraft-Animation auf der ganzen Welt. Wenn ihr auf jeden Fall noch mehr sehen möchtet, checkt euch beim Bierhaus. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao.